Hallo, wir werden jetzt gemeinsam die Play-Doh Frosting Fun Bakery oder zu deutsch die Zauberbäckerei aufbauen. Dazu erstmal das Unterteil, darauf bauen wir dann den ersten Aufsatz unserer Zauberbäckerei und auch gleich den zweiten. Das hier ist übrigens kein Sattel, sondern ein Serviertisch oder Ähnliches. Und fertig ist unsere Play-Doh Zauberbäckerei. Wir werden sie natürlich gleich ausprobieren. Dazu nehmen wir jetzt einfach mal die braune Play-Doh Knete und machen daraus ein Cupcake. Und dann geben wir die Zauberbäckerei. Einen schönen Tag. Den wir noch verzieren werden und zwar nehmen wir dafür die Spritztülle und füllen Play-Doh-Plus-Knete ein. Wir werden jetzt unseren Cupcake verzieren. Wir werden jetzt hier ein. 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 Bis zum nächsten Mal. Und noch ein paar Blaubeeren drauf tun. Und fertig ist unser erster Cupcake. Den können wir jetzt hier drunter stellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.